Also so ein Dämon als Haustier, das wäre schon geil. Wie gesagt, kommt auf den Dämon an. Wenn das so ein Dämon ist, der irgendwelche Beziehungsprobleme hat und den ganzen Tag nur das Ohr vollhört, ist auch doof. Ja, das stimmt. Also ich habe momentan in der Auswahl sechs verschiedene. Mal einmal hin. Äh, was wollte ich? Ich habe eigentlich Eisen, genau. Oh. Hm, was denn? Ich kletter schon wieder überall hin. Achso, habe ich mir eigentlich gezeigt. Das ist der Dämon-Spawn-Raum. Schon voll hoch, obwohl ich den hinteren Kram noch nicht nutzen werde. Kommen wir mit zu euch, ne? Und er ist erleuchtet allein durch die Kraft des Blutes. Blutlichter, oder wie? Blutlichter, hm? Hm. So. Gut. Äh, lass mich raus. Können wir auch raus? Äh, ne, ne. Ich muss jetzt nur raus in die Sachen holen. Ich meine, egal was es ist, Markus wird ihn mit seiner unglaublich pinken Battle-X-E in Brei schlagen. Ja, ich habe meinem unglaublich liebenden Blood Surge Razor auch. Ich mit meinem viel zu bunten Kram hier eigentlich. Obwohl, eigentlich, ich meine, stark ist es auch. Es reicht auf jeden Fall. Also, der Arkin Plinth. Alter, das klingt so nach wie scheiße. Also, die kamen, glaube ich, zuletzt. Ich denke mal. Du glaubst. Dieses, dieses und jenes. So. Ist es egal, wer den kaputt schlägt, oder? Ist es, ja. Okay. Ich glaube, ich habe gerade noch DC bekommen. Was? Mhm. Oh ja. Ich auch. Retimped out. Reached end of stream 4 und so weiter. Kann ich sagen, dass du gerade dein eigenes Server kaputt gemacht hast? Dürfte eigentlich nicht so sein. Schau mal nach. Aber offenbar ist es so. Yay. Es kann nicht sein und es ist so. Ich sag, es kann eigentlich nicht sein. Naja, es war eigentlich ein Zitat. Aus. Weiß ich nicht. So, stoppen und neu machen. Denk ich mal. Dürfte helfen. Jupp. Äh. Ansonsten wäre es jetzt auch ein super Cliffhanger. Oder so. Von der Uhrzeit her. Ja, gut, aber... Naja. Es steht stopp drin, aber es reagiert nicht. Schön. Okay. Deadlock. Yay. Ja. Stabung C. Was? Nee. Oh. Da kam nichts raus. Es war einfach nur Reached end of stream 4. Deine IP, meine IP, seine IP. Deswegen ja Stabung C. Das killt den Prozess. Beziehungsweise sendet ein Stopp-Signal. Ah, okay. Hm, egal. Ich geh Tastmoja. Äh, na, 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 das war Wurzeln. Es ist ein Laden. Das heißt, wir hören jetzt auf, oder? Doch nicht. Weil, ich mein, ich bezweifle irgendwie, dass das so weit funktionieren wird. Wird ein Grund haben, dass wir rausgeschmissen wurden. Versuchen wir es noch einmal und dann... Wenigstens die Dämonen noch machen. Dann können wir ihn auf einmal gehen. Boah. So, läuft wieder. Ähm... Gut. Scheint noch alles intakt zu sein. Mhm. Der Plimpf ist nicht mehr da. Ja, den hab ich hier im Moment. Ich stehe plötzlich einfach an der ganz anderen Ecke als vorher. Und hier. Da wurdest du gespeichert, ja. Also, nochmal. Vielleicht doch jetzt mal die Blood Orb zuerst. Äh, äh. Äh. Ich glaub, die Blood Orb kommt zuletzt. Nö, passt. Oh, hi. Alles richtig. Den umbringen, oder? Ja. So. So. Dämon Crystal. Der, das, ja, gut, das ist halt der billigste Dämon. Der war ja süß. Dementsprechend war das Schmechste. Das war kein Dämon. Will den irgendwie haben? Der kriegt den Noob, der hat er kaputt gemacht. Ja. Ja, bitte. Das ist dem Noob seiner jetzt. Hä? Wie, und wie kann ich den beschwören? Shift, rechts, klick, dann ist der gebunden und dann da. Tada. Boah, süß. Böö. Und der läuft mir jetzt hinterher, oder wie? Nee. Wenn du denen das befiehlst. Ich glaub, dass es nochmal rechts klickt. Wie bei den Hunden. Ah. Machen wir noch mehr davon? Oder mal gerne versuchen? Nö, ich will es stärkeren. Will es stärkeren? Okay. Eigentlich will ich... Oh, der läuft mir auch nicht hinterher. Ja, aber du blöd bist. Du musst dem die richtigen Signale geben. Autsch. Was? Jetzt greift er mich an, der Schwann. Ja, weil du ihn ergriffen hast. Ich kann ihn nicht mehr angreifen. Soll ich ihn umbringen für dich? Das ist gut. Nee, warte mal, das waren bloß Effekte. Der hat mich bloß Effekte... Das sind Effekte, glaub ich. Nee, er schaut dich an und schiebt dich weg. Das ist ein Partikel, die er auf sich schießt. Bring ihn mal um, ja. Mist, wie... Das ist faszinierend. Einfach faszinierend. So. Ich hab den Tipp, rege ihn nicht nochmal auf. Komm mit! So. Jetzt bewegt er sich. Von dir weg. Alter, was bist denn du für ein Dämon? Nee, den will ich nicht. Den kriegst du jetzt, aber das ist deiner. Er ist an dich gebunden. Kein anderer kann den momentan... ...verwenden. Dann nehm ich... Dann nehm ich mir jetzt den, der. Okay. Keine Ahnung, ob der... ...ob der viel stärker ist oder so, ...aber den will ich haben. Wird er wahrscheinlich sein. Weil ich mein, der braucht jetzt sechs Teile schon. Oh, scheiße. Wenn ich es überlebe, natürlich, ist die Sache, ne? Mhm. Ach, wir werden mal sehen. Schauen wir kämpfen ja mit. Wer ihn umbringt, ist ja egal. Hallo. Okay. Hoch. Her damit. Ich glaub, das ist der Richtige, muss mal schauen. Ehrlich, das war einfach ein Kerl. Nee, ein Kerl mit Flügeln. Kerl mit Flügeln. Ein gefallener Engel, sagt's. Whaler. Ja. Wollen wir noch einen davon? Oder wollen wir mal die anderen ausprobieren? Ja. Ja, die anderen mal ausprobieren. Ich hab meinen angezündet. Hey. Du darfst das nicht. Au. Jax. Ich stehe dir recht. Nein. Bleib schön im Weg stehen. Ja, ich glaub, die muss man noch mal killen. Naja, die muss man immer killen. Der in den Crystal-Sack zu kommen. Alter, er war offenbar meine Sachen zu killen. Meine Fresse. Ja, jetzt muss ich ihn ja. Oder du. Das ist meiner. Vor allem, weil er einfach echt nicht funktioniert. Und das ist meiner. So bleibt meiner. Nein. War was? Da. Aber ehrlich, braucht man für irgendein Item, um ihn zu befehlen? Tu mal was, oder? Ich glaub nicht. Man ist ja egal. Im Endeffekt. Ich freu mich auf den ersten Dämon, der alle Plattformen braucht. Äh, der kommt heute noch nicht. Na, bei mir passt klar. So, wieso hab ich eigentlich nur sechs von? Ach, was soll's. Juffa. Wir können uns ja später entscheiden, was wir wirklich, welchen wirklich nehmen. Wer von uns welche nimmt. Naja. Man soll sich halt nur merken, was man hat. Welcher welcher war. Ganz grob. Kann die ja bestimmt auch für ihn nehmen. Naja. Uff. Uff, der geht auf mich. Ich glaub, der geht auf jeden. Der sieht nett aus. Hab ihn. Wir sind so einfach, irgendwie. Soll ich denn auch spawnen? Jo, mach du mal. Wie heißt der Kerl denn? Blauer Guardian. Ein niederer Rechter, jo. Warte. Ja. Ein niederer Rechter. Bekannt hast du ihn einfach nicht sein lassen, ne? Ne, ne. Zwei unaufgeladen. Und was passiert jetzt, wenn ich den beschwöre? Weiß ich nicht. Hoffentlich sterbe ich nicht. Ne, funktioniert. Ja, ist ein Warnhits. Ähm, das waren ja drei hiervon, ne? Ja. Der nächste. Ist das jetzt der erste, der mehr als sechs Palaces braucht? Nein. Langweilig, aber okay. Mal gucken. Er sieht mir sehr glättern aus. Hör auf, den sofort anzuscharten, bevor er schon da ist, meine Fresse. Tada. Och, der ist nicht mit Wonny gestorben. Och, der hat ja Leben. Der hatte ganz schön viel Leben. Ja. Da ist er. Oh. Schatten. 100 Leben. Hm. Ach ja. Ja, ich hab nur Warte. Sorry. Ist mir egal. Ich kann die auch nehmen, wenn du willst. Next. Ich bin schon dabei. Mach nicht so einen Stress. Stress. Wir verstehen uns, ne? Pff. Das ist doch eh nicht Strongbox, oder? Warum stellst du die nicht rein? Äh, weil es keine Strongbox ist, sondern eine... ...Celian-Kiste. Dann nimm dir doch nicht Strongbox. Nein, gerade die späteren Dämonen, die gehen scheiß darauf, ob Sachen zerstörbar sind oder nicht. Wir machen Hellenkuh, wir machen Hellenkuh. Es ist nämlich, es ist gebratenes Fleisch und es muss eine Hellenkuh sein. Es muss einfach. Mal schauen. Nicht ganz. Es ist eine Hellenkuh, ja. Äh. Was zum Teufel war das? Eine Hellenkuh. Eine Steinfaust. Macht Hunde-Geräusche. Die machen alle Hunde-Geräusche nebenbei. Hier, ihr kriegt hier Dämonen-Kristalle. Fallen Angel, glaube ich, nicht. Doch, der auch. Okay. Versammelt euch. Meine Diener. Ja. Damit wir dann jetzt auch zum letzten... ...richtigen Dämon kommen. Danach gibt's noch ein paar andere. Hallihallo. Hier hat dann alle R gespawnt auf einmal, also... Ich mein, gut, hab ich auch nichts gegen. Hau mir den einfach in die Fresse, ist okay. So. Juffa. Hey, die anderen sind mal ganz tot. Nach den ganzen... Wir sind da wahrscheinlich gleich schon. Och, ich glaub, die Schade ist grad verschwunden durch den Blitz. Egal, haben wir genug. Oh, hey. Läuf. Meine... Hallo. Hey, der ist schnell. Heißt Dämon. Jo. Jo, nehmt ihr ihn ruhig. Will ich nicht. Kann Noob haben. Ich hab schon fünf Dämonen. Äh, Diener. Ja. Äh. Sklaven bei dir wohl eher. Ja. Für was auch immer. Dann holt die mal alle raus, denn laut Beschreibung brauchen wir die jetzt. Ich hab fünf. Einen verloren. Einer ist ja durch den Blitz kaputt gegangen. Okay, warte. Hier. Den haben wir. Ja, ja. Den. Ich glaub, das war der Flying Angel. Der Fallen Angel. Fallen Angel, ja. Ja, der Fallen Angel ist weg. Komisch, also anscheinend geht es zumindest mit Crystallis nicht. Es steht da einfach nur sechs von jedem Element. Und Crystallis ist eigentlich ja was soll's. Aha. Das geht natürlich. Wie einfach jeder nach... Einen nach mal dann angezündet wird einfach. Und der auch. Brennendes Eis. So, dann schauen wir mal. Oh. Ein Elementar. Ein Elementar. Meine Diener beschützen mich. Ja. Sehr cool. So gut es ihm geht. So. Jetzt haben wir... Eine Dämonenblutscherbe. Wollen wir noch ein Elementar spawnen? Ja. Können wir. Ich will aber kurz ausprobieren, ob die mir nachlaufen. Oder ob die sich mit teleportieren, so wie die Hunde. Nö. Stehen alle noch hier im Raum. Hm. Ist ja doof. Bitte für den einen, den ich gerade umgebracht hab. So. Das wäre noch an. Ich glaube es zähnkt es. Ist das. Kann man so. Nein. Eigentlich nicht. Das war quasi alles. Kann ich nochmal ausprobieren. Pff. Äh. Gut. Dann machen wir es jetzt halt mal hardcore. Ohne irgendwelche Hilfe. Klar. Der hat doch eh nur dich gefokust. Ah da ist er. Oh sorry. Au. Oh das ist gar nicht so leicht zu treffen. Meine Fresse wo ist der hin? Unter dir gewesen. Die zweite die im Bloodshard. Äh hoch. Guck mal. Ach das regnet. Und jetzt noch ein. Wasserelementar. Yay. Einfach für ein bisschen was Abwechslung. Lass den Kartoffeln in den Hals schieben. So. Kartoffeln in den Hals schieben. Stimmt euch auch mal. Ich hab auch kaum nicht mehr so viel Leben. Warum stehe ich mir alles gleich bildlich vor? Solltest du auch tun. Das war so geplant. Hä. Autsch. Geile. Autsch. Nein ohne Witz. Der hat ganz schön viel Schaden gemacht. Ja macht er auch. Hilft mir. Dina. Oh. Dina. Auf geht's. Okay das Vieh ist tot. Ich hab gar nicht gesehen woran. Wow. Hast du meine ganzen Items eingesammelt wahrscheinlich ne? Nee die liegen hier noch all rum. Ach ich kann doch gar nicht mehr rennen jetzt schnell. Weil ich hab ja meine meine meine. Ah. Ich hab ja auch mal schon verloren. Jo. So viel dazu ja. So viel dazu ja. Alter. Heißt hier. Boah ich weiß gar nicht wo ich gestorben bin. Ich glaube ich sammle erstmal alles auf hier. Jo. Bevor es noch irgendwie. Despawned. Ja. Da hinten ist noch ein Schwert. Ich bin hier in der Ecke gestorben. Ah das ist meins ja. Ich hab den Großteil von deinen Sachen und du den Großteil von meinen Sachen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Weil ich hier verreckt bin und du da hinten und wir. Ja. Ich hab deinen Kopf. Wie das aussieht. Und ich hab meinen Kopf. Sieht aus als würdest du irgendwie. Als würde dein Kopf pulsieren. Ja. Ja. Ja machen wir Schluss oder. Hallo. Bisschen Gesellschaft hier noch. Ach so natürlich. Was ist Last Stand? Weiß ich nicht. Ich hab's drauf. Ich wollte das sagen ja. Du hast's drauf ja. Ich hab's drauf ja. Pfff. Höö. Ähm. Was? Das ist... Das ist... Ich zünd die an. Den zünd ich auch an. Schon. Greift der dich jetzt mit an. Er greift mich nicht mal an, wenn ich ihn angreife. Wir sind viel zu friedlich. Na vielleicht wenn ich ihn so angreife. Ja. Bloß wenn ich rechtsklick mache, geht's ne. Ach den kleinen hab ich auch. Die macht halt überhaupt keinen Schaden. Und der Wächter steht einfach mal mit dem Gesicht zur Wand. Doch sind schnussig die Kerle. Habt ihr's bald. Nein. Reicht doch. Reicht, ne? Jo. Tschö. Tschö.